Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Die EU will Investitionen in Atomkraft und Gas offenbar als klimafreundlich einstufen. Laut einem Entwurf der Kommission soll die Regelung nur für moderne Atomkraftwerke gelten, die bestimmte Vorgaben etwa zur Entsorgung von Atommüll erfüllen. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesumweltministerin Lemke kritisierten den Entwurf der Kommission.